Willkommen bei Folge 2 der Unsuchbar. Diesmal gibt es folgendes Zuge. Bad Teacher, Per Anhalter durch die Galaxis, Verrückt nach Mary oder Anno1701. Äh, was zum... Moment mal innen. Ja? Ah, hallo Chef. Ja, ich weiß, dass ich die loswerden soll, aber die will halt keiner... Ja, ich weiß auch, dass es mehr werden. Ich soll ein bekannteres Thema nehmen, aber Futurama ist doch bekannt. Einen bekannten YouTuber. Okay, eine Frage zu einem seiner Videos, aber macht das das nicht viel zu einfach? Ist nicht ihr Problem. Ja, ja, ja. Ja, ich hab verstanden. Okay, tschüss. Äh, Entschuldigung für diese kleine Unterbrechung. Also, bekannter YouTuber. Okay. Ja, ich weiß was. Welchen Fehler machte LookslikeLink in seinem Video zur Zelda-Timeline-Theorie? Antworten werden nur per E-Mail an unsuchbar.googlemail.com anerkannt. Und den Link zu LookslikeLink und die Teilnahmebedingungen findet ihr in der Videobeschreibung. Good luck and have fun. Tschüss.